Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier spricht Moskau Die russische Regierung gibt folgendes bekannt Schluss jetzt, dreht dich durch! Heute am 22. Juni Mein Befehl abwarten Um 4 Uhr morgens Ich höre nur die Deutschen, vielleicht sind das Übungen Was für Übungen denn? Was für Übungen? Dann übernehme ich ab sofort das Kommando Haben deutsche Truppen ohne Kriegserklärung? Post Anja Ich werde sie fangen! Sascha, komm zurück! Hinterhältig und infarm unser Land angegriffen Dann gehen wir auf! some Untertitelung des ZDF, 2020